denn damit mich gar nicht runter schießen kann manche würden sagen ich bin ängstlich ich sag einfach nur ich bin vorsichtig super vorsichtig bin ich ich bin echt ein profet ich spare mir eine trelle richtung ergehen das gefällt mir ja also da habe ich schon eine fackel das gefällt mir was so geil endlich und ich habe es wohl noch gesagt oder genau das ging falsch dann brauche ich mir noch so nein Nein, 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 nein. Sprich doch ins Wasser, du Idiot. Puh. Gott. Ich hasse Nabar. Stirb. Äh. Okay. Oh, Gott. oh gott panik ist viel so gut das ist schon mal da ich habe das gehört ich will hier nicht sein ich will hier echt nicht sein so lichter 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 mit 47 starten ich könnte mir nicht ich weiß nicht ach weiste was geht schneller und übrigens was soll ich mir den ganzen stein hier siehst du reicht genau jetzt immer hier die hälfte ab ja genau so immer hier die hälfte ab und dann was hier noch ist ich weiß nicht ob das schlau ist meine weltbank dazu lassen aber ich probiere es einfach mal ja das wird noch ein abenteuer werden durchsange das problem ist ich weiß echt nicht wie hier rauskommen hochkram ist für mich keine option weil wie gesagt wärst du echt leben du hättest auch keine option zum hochkram niemals okay das ist sehr spannend hier das ist es ich bin ich bin total aufgeregt genau ist meine meinung auch der bulte jokus ruhig und ruhig der diese du du bist du er ja kohle also ich habe jetzt schon hat für mich die gleichen stellenwert ich bin gerade bei aufnahme stunde 50 und wann sind wir in die hülle reingegangen nach 30 minuten ja so eine nettre also nettre ja ja ich bin ich bin auch so eine nettre so eine kleine höhlentour über zwei bis drei stunden ist schon in ordnung man kann sich auch schlimmeres vorstellen wenn ich zum beispiel die höhlentour mache und ihr zuschaut ja das wäre für mich der persönliche horror ich würde und stelle ich mal vorher ich erzähle euch in schwachsinn bisschen welche geschichten aus meinem leben wie zum beispiel damals als als ich einfach mal dachte hey das microsoft aufnehmen und der fabrik zwei stunden in der hülle ja die ereignisse überschneiden sich so jetzt haben wir so wichtigen redstone hier hier immer mehr damit kommt jetzt meinst du meinst du meinst du meinst du meinst du meinst du hoch hoch ich will die kregen ich will die kregen ok ok das heißt wir sind jetzt auf der redstone ebene aber ich glaube da gibt es diese ebene gibt es denn auch noch mehr wird so geil und kohle ich glaube wie gesagt auf der höhe gibt es auch noch diamanten oder das löst was los du bruder peste habe ich die folge zeigte ich habe immer gezeigt ihr wer jeder richtig hallo alter noch mehr wird so gab ja ich habe dich im auge ich sehe dich hinten redstone wirst du ja geil endlich habe ich mit so ich habe jetzt so junge ich habe redstone ich bin so glücklich ich bin so glücklich ich bin so glücklich ich bin so glücklich oh gott ok das muss ich jetzt schlau anstellen erst mal oben ok jetzt muss ich das irgendwie ich muss das ganz schlau anstellen weil ich will ja mein kohle nicht verlieren ich kann aber schlau genug das wäre vielleicht schlau gewesen wäre das wasser mehr gewesen ok ok das ist gut so kann ich mal das kann ich nehmen tschüss kohle tschüss kohle ja ich so ich lasse hier extra noch warte dann bin ich ja nicht rein auf ich kenne mich was hat das für eine blöde falle habe ich gesehen das war voll unfair der bild denn da ganz ruhig ich bin ja da ich habe wirklich jemanden gefunden ich habe kostenlos ich die nicht bekommen jemanden gleich vier stück ich werde dann eben so eine schöne diamant rüstung machen oder sie ist wahrscheinlich hat sich schon 200 diamanten gesammelt ich kenne sie doch aber auch einmal hin alles drehen hier ist kohle hier ist ich weiß nicht immer so ach ich mal jemand ganz kurz ein von wegen wieder 50 gänge na komm schon so aber es ist in meiner meinung nach dafür dass wir hier schon ein bisschen unten sind ganz gut aus da kann man sagen was man will zeigt oh gott eh 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 hier komm ich hoch nur noch hier eh eh so eh ich kriege nie genug vom eisen ich kriege nie genug da geht noch mehr äh hä hallo okay dann nicht ich denke mal dass die auf mir zulaufen jedes mal ja okay kann ich mit leben glaube ich und noch mehr kohle na es wird doch langsam wenn wir zuhause ankommen brauchen wir nie wieder kohle das heißt ich habe mein ganzes holz eigentlich verschwendet weil wie gesagt ich brauche keine kohle hier ist nichts das gefällt mir immer also also unspaß so sackgassen sind das gibt es nicht wie so über sich eisen eisen so so es ist nennen wir so nicht genau hallo da könnte ich noch hin will ich aber irgendwie nicht da bin ich hoch ich will hoch was ist denn hier hallo hallo ist doch jemand ich hab noch bis zu mir gefunden hallo hallo ich bin hier einmal alles das finde ich so toll obwohl ich ja nicht alles braucht alter was ist denn hier unten alles was ist das finde ich ganz schöne hallo hallo ich kann hier nichts wieso ich habe keine verkürzung ich habe keine verkürzung ich habe keine verkürzung oh gott ich wollte ihr hier zu kohle sag 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 so ich denke jetzt mal hier ein paar holzbrenne und wenn mein holz ausgeht das wäre tragisch dann muss ich ja wirklich zurück allerdings ich könnte jetzt schon mal kurz zurück eigentlich also nur ein bisschen um zu gucken wie weit eigentlich meine öfen sind das wäre mal eine idee warte ich geh von wo komme ich da eine ich glaube da genau von hier komme ich ab bisschen da lang zack 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 wo sind die ich habe doch mit leider gebaut hier oh gott so ich hätte natürlich auch erstmal die schlucht lang gehen können das ist echt also das ist echt eine gigantische Hülle kann man nicht anders sagen 58 und der ist durch genau der ist durch dann kann der hier rein da kann ich ja nicht gibt es eigentlich auch einen diamantblock ich glaube schon ne mal da war es von dem bisschen redstone was ich da gefunden habe 58 stück ja nice das wollte ich so ich glaube hier unten pack ich jetzt mal meine ganzen blöcke hin das wäre am sinnvollsten so dann machen wir jetzt kurz äußern das finde ich gut das finde ich extrem gut zack so allerdings habe ich hier noch ein bisschen drin äh genau ja genau äh warte ich habe es gleich ich schwöre so jetzt habe ich davon 15 kohle könnte ich noch machen zack zack dann habe ich immer ein bisschen mehr platz das ist eigentlich gar keine so doof idee da kann man sagen was man will ich finde das voll schlau so jetzt habe ich kohle blöcke eisen blöcke dann mache ich oben rechts mal kurz warte dann mache ich hier mal kurz meine zutaten hin oder hier warte dann mache ich hier meine zutaten hin dann müsste das eigentlich auch noch geschmolzen werden zwei ja warte zwei das kommt auch noch weg guck mal kriege ich wieder einen siehste schlau diamanten blöcke gehen eigentlich auch ne allerdings ja ist schon war mir schon fast klar so zutaten hier oben in redstone lapis lazuli sammle ich ja auch noch pilze die wahrscheinlich selten finden dahin alles was weckern kann hierhin und ich sieht und ich sieht doch da die knochen auch dahin ist ja in die ordnung so mein holz dahin karotten kommen nach hier unten dann sieht es eigentlich wieder fast gut aus so so ich nehme immer obwohl ich im gleichen spitze das war auf wenn ich mir mal ein bisschen eisen mit auch mal ein bisschen hiervon durch genau zack 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 habe ich davon jetzt hier hier das gefällt mir auch die gehen eh bald kaputt also das sieht jetzt nur so viel aus weil das geht ja auch eh weg da so ähm ja hier sind meine zutaten perfekt weiter geht's gut gut jetzt muss ich erstmal kurz zu meinem lava loch nochmal bäh also da müsste ich noch etwas machen bevor ich da wirklich irgendwann mal so total runter saust und dann ist da ja lava so hier ist das lava noch mein lava noch gut was bräuchte ich denn jetzt nicht wie gesagt aber die pfeile eigentlich bräuchte ich die doch viel später allerdings jetzt ist es nicht später bisschen behindert er sammelt es immer wieder auf geht auch zeig geh rein so eigentlich müsste ich jetzt wie gesagt das nochmal durchsuchen da war ich schon der komplett aber da hinten noch nicht dann habe ich wenigstens eins schon mal abgearbeitet weil das bei mein kopf gar nicht anders geht als sachen abzuarbeiten egal das ist so irgendwie als wäre er als wäre er der gefangen aus macht mich ja ein bisschen traurig gebe ich dazu kohle 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 immer kohle immer gib ihn wäre ich schlau gewesen würde ich mir natürlich auch eigentlich warte ich hab's gleich wäre ich schlau gewesen würde ich mir eigentlich einmal machen mit lava drin weil lava könnte ich vielleicht später gebrauchen allerdings nimmt mir zu viel inventar platz weg glaube ich ne oh 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 zack ich hab jetzt angst da hab ich auch angst das da ist lava ist oder da lava ist oder hier lava ist ne ok so noch mehr das gefällt mir so ich hatte vier stück oder irgendwas und ich habe jetzt das genügend acht blöcke abgebaut ich habe hier 45 ey das ist doch krank das ist echt krank aber hey mich stört's nicht ich brauch das das gleiche ist mit diesen gigantischen vorkommen an eisen passt mir weil die schienen die ich gefunden habe die reichen noch lange nicht die reichen einfach nicht da fällt mir dieses meme so ein hier von äh das reicht uns nicht katsching so das ich hab's euch ja gesagt ne also wenn ihr jetzt wieder eingeschaltet habt oder immer noch zuguckt ich hab's euch gesagt spannender witz nicht ähm stirbt zombie stirbt nein 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 nicht explodieren komm noch hör auf mach mal drauf Arschloch oh meine rüstung ist fast down ja genau so äh 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 gibt's hier noch was interessantes wie zum beispiel diamanten oder so ich frag für'n freund äh 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 und wieder mal eisen das ist eigentlich schon fast interessant gewohnt ja so ich glaub hier bin ich denn auch durch ne ja hier ist nichts ok das hätte ich ja erledigt hopp na komm schon das gleiche ist was cool ist also jetzt muss ich jetzt mal loswerden ich hoffe wenn diese folge rauskommt ich weiß jetzt nicht wie gesagt wir haben immer noch den 22.01. habe ich mich schon äh äh ja weil ich ja studiere zu zum nebenjob beworben ne so manche denken halt so bei dem job immer an keine ahnung was für billaufgaben oder irgendwas aber ich hab mir was ich worauf ich ziemlich stolz bin ich hoffe ich werde auch angenommen dass es müsste denn bis zu diesen bis zum heutigen tage feststehen ich habe mich beim jump house beworben weißt du so riesige trampolinhalle und alles das ist mega geil alter wenn ich da genommen wäre ne ich wäre der glücklichste mensch auf erden ich würde mich selbst heiraten wollen weil ich so geil bin kommt gar nicht überheblich normalerweise bin ich nicht so doch ich liebe mich